Das ist schon wieder mein Tag hier. Das ist schon wieder mein Tag. So, wir sagen erstmal Beta, dass die hier arbeiten sollen. Hm. Ich gehe erstmal auf die Anubisjäger hier. Das hat jetzt eigentlich ganz gut geklappt das letzte Mal. Ist, glaube ich, auch für unsere Bomber das Beste, wenn ich das mache. So, ein Schwarm Hornets. Die hätte ich nicht mehr gebraucht. So. Na, komm, 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 komm. Lass dich abschießen. Lass dich abschießen. Put, 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 put. Gemini 4. Wer nennt sein Kind Gemini 4? Scheiße, ich glaube, ich habe gerade ausvers... Nein! Scheiße! Ich bin gerade... Ich wollte abbremsen. Das Problem hat man ja schon mal, dass ich abbremsen wollte. Aber dass die Täuschkörper-Taste direkt daneben ist. Und ich habe jetzt gerade, statt abzubremsen, meinen geführten ganzen Vorrat an Täuschkörpern rausgehauen. Ich hole mal ein Versorgungsschiff. Na, komm. Gut, jetzt kann ich aber wenigstens alles an Raketen raushauen, was ich habe, wenn jetzt sowieso gleich das Versorgungsschiff kommt. So. Und du auch. So. Ich habe schon mal angehalten, damit der Versorger andocken kann. Na, komm, 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 komm. Flupp. So. So ist das doch ganz schön. So, habt ihr den Kreuzer jetzt schon kaputt gemacht? Ich muss mal schnell gucken, wie viele Kreuzer noch da sind. Da ist ein Kreuzer, da ist der zweite Kreuzer. Nee, dann haben sie den offenbar kaputt gemacht. Dann ist jetzt der nächste Kreuzer dran. So, voller Energie auf den Antrieb. Das war der Kreuzer, der keine Eskorte mehr hat, weil die schon weggeflogen ist. Gut, und vor der Einstein muss ich offenbar extremen Respekt haben. Aber wie gesagt, ich habe da, ich habe meine, ich habe meinen Antrieb voll reingepumpt. Ich habe die ganze Zeit die Nachbrenner reingefeuert und, äh, ich weiß es nicht. So. Gut, der scheint mit den anderen beschäftigt zu sein. Das finde ich schon mal ganz sympathisch. Ich halte mal an. So, einer weniger. So. Wenn man ausplanet, dass wir unsere Verbündeten sind, dann geht das sogar hier. So. So langsam habe ich auch das Kommando schon drin. C-2-2-1. Puh, ich habe sie nochmal gesagt. Oh, da kommt ein Seed. Ich weiß gar nicht, ob Seed, Seed müssten noch Raumüberlegenheitsjäger sein. Also sowas wie unsere Ulyssesjäger. Ich bin jetzt aber gar nicht ganz sicher. Es könnte auch sein, dass Seed schon schwere Jäger sind. Aber wenn, dann sind die, glaube ich, ein Stück leichter als die Todjäger. Sind jedenfalls gar nicht mal schlecht. So. Ah, komm schon. So, einer weniger. Gut. Das ist der, den wir angreifen wollen. Wieso kriegen denn nur zwei Leute drauf? Jetzt gehen wieder drei Leute drauf. Mich schon bewundert, weil eigentlich besteht Beta ja nicht nur aus zwei Schiffen. So, jetzt werde ich von diesem lustigen Laserturm da drüben angegriffen. Das kriegt er zurück. Einmal anhalten. Halt, da gehen die Schilder hoch. Ich habe bloß die falsche Taste gedrückt. So, kann ja vielleicht mal irgendjemand aus dem Laserturm ein paar Prozente abziehen, wenn ich drauf schieße. So gefällt mir das. So, noch ein paar Horn und Zwein. Wir haben es ja. So, dieses ist lustigerweise noch da hier drüben, also Arius 2, aber die hat es auch gleich erwischt. Na, komm, 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 komm. So, ist brav. So. Gut. Das Sperrgeschütz lassen wir in Ruhe. Dann sagen wir erstmal Beta, dass die den da angreifen sollen. Dann machen wir ja erstmal die ganzen Vasudana weg und danach kümmern wir uns um die Einstein. So, jetzt mache ich doch mal dieses Sperrgeschütz weg. Das nervt mich ja nämlich gerade, dass das die ganze Zeit in meiner Zielauswahl ankommt. Machen wir das auch noch weg. Ich meine, wir können ja ruhig was Sinnvolles machen, während wir warten, dass die anderen hier angreifen. Na gut, das lasse ich jetzt in Ruhe. Fliegen wir lieber in die Richtung. Da ist noch ein Todjäger. Um den sollte ich mich wirklich kümmern. Nääääh. Leo der Dritte sozusagen hier. Vor ein paar hundert Jahren hätte er bei uns Kaiser werden können. Baha. Ne, Papst. Die Päpste hießen Leo. So. Schaffen wir's? Wieso hat Beta hier wieder abgelassen? Beta, den zerstören. Hallo. Beta, den zerstören. Diesen Daumen ist das Anderen beschäftigt. So, nenn halt schon wieder. Na, komm, stopp. So. Ja, ich muss mal ganz kurz weg. Meine Schilde haben mich gerade ein wenig im Stich gelassen. Affirmative, Sir. Attacking your target. So, ich hab jetzt mal schnell allen gesagt, dass sie den angreifen sollen. Ich muss sagen, die Einschänder ist auch ein bisschen blöd, dass sie die ganze Zeit da jetzt am Sprungknoten rumhockt und nichts macht. Ha. Ja gut, bis jetzt wissen die ja noch nicht, was wir hier vorhaben. Die wissen bloß, dass wir irgendwelche Vasudana angreifen. Und wenn wir Glück haben, sag ich mal in Anführungsstrichen, dann halten sie noch für Hammer-of-Light-Schiffe, sodass sie sich keine Gedanken machen. So. Okay. So, wen haben wir da jetzt noch? Einen Ankh, den lassen wir in Ruhe. Und jetzt geht's der Einstand an den Kragen. So. Und da werden wir jetzt nochmal schon mal wieder den Doppelfeuermodus reinhauen. Und ansonsten ganz behutsam vorgehen. Und nicht, wenn wir so bei 20% oder so sind, dann werde ich mich schon mal langsam aber sicher aus dem Staub machen. Oh Mann. Der absolute Quatsch hier. So, kommt Leute, beholt mich mal. Naja. Das Lustige ist, die Bomber fliegen irgendwie nicht schneller als ich. Die fliegen nicht mal schneller als ich, wenn ich hier meinen Nachbarn reinhaue. Das heißt letztendlich, äh, ja, wir machen das so wie vorhin. Ich fliege erstmal hin und dann machen wir uns einen ruhigen. Und dann gucken wir uns das in Ruhe an. Jo. Naja. Eigentlich muss ich sagen, so ein bisschen suspekt ist mir das ja schon. Vor allem bin ich mal gespannt, wo diese Kampagne nachher hinführt. Weil, äh, bis jetzt sind wir ja nur damit beschäftigt, hier, äh, angeblich die Allianz zu retten, indem wir, äh, unschuldige Menschen töten, die, äh, einfach bloß zur falschen Zeit am falschen Ort waren. So, einmal anhalten, bitte. So, die nächsten Kumpels sind nur noch 800 Meter entfernt. Die nächsten Bomber nur geringfügig mehr. Ha, 3000 Meter, ich glaub's ja wohl. So, der fliegt uns verderben. Und die Bomber sind auch noch zwei Kilometer von mir entfernt. Das heißt nur noch dreieinhalb Kilometer von der Einstein. Einstein. Äh. Warte mal, ich fliege mal nochmal ein Stück weg. Ich warte, bis die Bomber da sind. Das waren mir jetzt eindeutig ein bisschen zu viele Blob-Türme. Obwohl, jetzt lässt er mich in Ruhe, aber ich kann ihm meine Hornets reinschicken. Hihihihi. Ah, so viel zum Thema. Ich hau mal lieber meine Schilder rein. Ah, ich hab nur noch 28%. Oh, der hat nur noch 19%. Ich fliege schon mal weg. Kümmert euch mal in Ruhe drum. Ich verziehe mich. So, komm, mach, mach, mach. So. Jetzt können wir uns das hier nochmal im Rückspiegel angucken. So, wie weit bin ich weg? Drei Kilometer. Dreieinhalb mittlerweile. Das muss reichen. Ach, Glück gehabt. Glück gehabt. Alle anderen sind tot. Bis auf Beta 1. So, und jetzt? Tja. Oh, Leute. Ich muss echt sagen, bei der Kampagne, ich hab momentan gerade das Gefühl, dass sie sich nicht viel Mühe gegeben haben, die zu erstellen. Mich hätte schon mal wieder interessiert. Return to Base Pilot. Oder irgendwas. Irgendein Zeichen. Gut, also das heißt es mit anderen Worten. Die erste Mission bestand daraus, dass ich alle Zeugen vernichten sollte und dann ist ein Transporter abgehauen. Die zweite Mission bestand darin, alle Zeugen zu vernichten und dann sind jetzt ein paar Fluchtkapseln abgehauen. Ich hab schon so eine Vermutung, wie die dritte jetzt aussehen wird. So, in order for you to survive, you had to leave the escape pods be. There was no way you could destroy the escape pods and live. Ach, schön, dass ihr das wenigstens eingesehen habt, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.